Ihr habt bestimmt alle schon mal was von der Krankheit Osteoporose gehört und heute geht es darum, was Vitamin D und Calcium mit Osteoporose zu tun haben könnte. Ja, Osteoporose, so denken zumindest die allermeisten Menschen, ist eine fast unabwendbare Alterskrankheit. Alterskrankheit im Übrigen der Knochen. Die Realität scheint es im Übrigen zu bestätigen, denn Frauen nach der Menopause sind tatsächlich zu 30% von Osteoporose betroffen. Und den Männern geht es auch nicht viel besser, denn im Alter von ungefähr 70 Jahren ist der Anteil der Männer, die an dieser Krankheit leiden, genauso hoch wie eben der Anteil an Frauen direkt nach dem Klimakterium, also 30%. Ja, was passiert denn eigentlich bei der Osteoporose, auch als Knochenschwund bezeichnet? Die Knochen, die verlieren übermäßig an Dichte und Substanz und dadurch werden sie viel, viel anfälliger für Brüche. Und die Tatsache, dass Menschen, je älter sie werden, umso häufiger darunter leiden, legt natürlich dann auch nahe, dass man Osteoporose als Alterskrankheit sieht und auch so bezeichnet. Die Patienten und auch viele ihrer behandelnden Ärzte glauben, dass nur durch Aufnahme von großen Mengen Calcium in Milchprodukten und in Ergänzungsmitteln und auch in Gabe von Hormonen, dass dieses Problem dann irgendwie unter Kontrolle zu bringen sei. Aber das stimmt einfach gar nicht. Wusstest du, dass in den Ländern weltweit, in denen am meisten Milchprodukte konsumiert werden, nämlich in den USA und in Westeuropa, die Osteoporose-Rate mit Abstand am höchsten ist? Weil im genauen Gegensatz zur herkömmlichen Lehrmeinung der Konsum von Tiermilchprodukten und da gehört natürlich dazu Milch, Quark, Joghurt, Käse, Schokolade, Milchschokolade natürlich, das Entstehen und die Verschlimmerung dieser Krankheit Osteoporose gefördert werden. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass ein Zuviel von dieser Nahrungsmittelgruppe unseren gesamten Körper, das Körpergewebe schlicht und ergreifend übersäuert. Und diese Übersäuerung kann der Körper irgendwann einfach nicht mehr ausgleichen, ohne das basische Calcium aus den Knochen abzuziehen. Und das Heimtückische daran ist, dass der Körper mehr zum Ausgleich benötigt, als mit der Tiermilch oder mit deren Produkten daraus zugeführt werden kann. Der Mangel wird also dadurch immer größer und natürlich auch das Fortschreiten der Osteoporose-Krankheit immer mehr. Natürlich ist auch das Vitamin D ein Riesenthema für die Entstehung von Osteoporose. Denn was macht Vitamin D denn? Ja, Vitamin D macht ganz vieles, aber vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Osteoporose ist es dafür zuständig, dass Calcium aus dem Darm aufgenommen werden kann. Und was passiert jetzt, wenn man oder wenn du an einem Vitamin-D-Mangel leidest, was ja in Mitteleuropa und auch in Westeuropa, eigentlich in der ganzen Welt, bei einem Großteil der Bevölkerung gang und gäbe ist, dann kann das aus der Nahrung stammende Calcium einfach nicht oder auch nur unzureichend genutzt werden. Und deswegen kann ein Vitamin D-Mangel jede erfolgreiche Osteoporose-Prävention einfach nur verhindern und niemals unterstützen. Also du kannst ganz viel tun, du kannst Sport treiben, du kannst auch gesund essen. Wenn du einen Vitamin D-Mangel hast, dann hilft es leider auch nicht, weil das Calcium einfach ganz schlecht dann aufgenommen wird. Ein weiterer, ganz wichtiger Grund für den Knochenabbau, der liegt nochmal in einem anderen Bereich und zwar in der Bewegungsarmut. Meine Güte, es ist doch sehr logisch und auch einfach nachvollziehbar, Knochen übertragen die Kräfte, die bei der Bewegung entstehen. Das wisst ihr. Oder wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Unsere Knochen, das sind, wie wir insgesamt, lebendige Strukturen, die je nach Bedarf verstärkt oder abgebaut werden. Und was nicht benutzt wird, das wird einfach abgebaut. Und vielfältige Bewegung, wie es in der Evolution für unser Überleben absolut notwendig war, ist deswegen nach wie vor Voraussetzung für starke Knochen und für eine hohe Dichte und eine richtig gute knöchernde Substanz. Und unser heutiger Sitzalltag, was ich ja auch jetzt mache, aber ich gleise wirklich regelmäßig aus, enthält durchschnittlich nur noch etwa 15 Prozent, vielleicht sogar noch weniger, der notwendigen Bewegungsreize. Es ist daher völlig normal, dass mit zunehmendem Alter die Knochenstärke mehr und mehr abnimmt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nicht erst mit zunehmendem Alter bewegen sich die Menschen heutzutage immer weniger. Leider ist es schon bei unseren Kindern auch so. Und Knochengesundheit im Alter hat ganz viel mit der Knochengesundheit im Kindesalter zu tun. Also wenn die Knochen schon im Kindes- und Teenager- und Jugendalter nicht in Ordnung waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Osteoporose extrem wird, mit zunehmendem Alter natürlich noch mal mehr gegeben. Je stärker und je gesünder die Knochen, desto weniger die Wahrscheinlichkeit später Probleme eben mit dem Thema Osteoporose. Also wenn dann die Einflüsse schlechter Ernährung noch hinzukommen, was ja leider heute überall zu beobachten ist, ist die Osteoporose die logische Reaktion des Körpers und hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Es handelt sich also nicht um eine Krankheit, wie bei vielen der sogenannten Krankheiten und Alterskrankheiten beschrieben wird, sondern um eine unwissentlich selbst ausgelöste Anpassung des Körpers an falsche, ungute, schlechte Lebensgewohnheiten. Und was ist jetzt die Lösung? Das Spannende bei wirksamen, natürlichen Therapien, ja auch ein absolut richtungsweisendes Kriterium, anhand dessen du auch als Laie die Spreu vom Weizen trennen kannst, ist, dass die Prävention, die Vorbeugung und die bei ausgebrochener Krankheit, wenn man es dann so nennen möchte, notwendigen Vorgehensweise, nämlich absolut identisch ist. Also, baue so viel Bewegung in deinen Tagesablauf ein wie möglich und ernähre dich so gesund wie möglich. Und dann bist du auf der Seite der Prävention richtig aufgehoben, aber wenn du schon zu denjenigen gehörst, die eben unter Osteoporose schon leiden, dann bist du da auch richtig aufgehoben. Und für die Bewegung bedeutet es, nimm ab sofort die Treppe, statt den Aufzug. Lauf oder nimm das Fahrrad, anstatt dich ins Auto zu setzen oder in den Bus. Jogge oder warke, statt Film und Internet zumindest einmal am Tag. Und Besprechungen, die kann man im Übrigen super toll während eines Spaziergangs auch unternehmen. Viel besser als irgendeinem Konferenztisch, wo dann auch noch irgendwelche Kekse draus stehen und vielleicht auch noch solche Softdrinks mit ganz viel Zucker und so weiter. Und dann natürlich ernähre dich so basisch wie irgend möglich durch eine gesunde, vollwertige Pflanzenkost. Und dazu liefert im Übrigen das beste Calcium, zum Beispiel Mandeln. Auch in Form von Mandelmus, Leinsamen oder Chiasamen. Aber bitte die nur gemahlen, sonst kommen wir nämlich gar nicht an das Calcium dran. Sesammus, auch Brokkoli, Trockenfrüchte und grünes Blattgemüse, wie beispielsweise Grünkohl. Also es gibt ganz viele natürliche Calciumquellen. Tja, und die Sonne, die könnte dich tatsächlich mit ausreichender Menge an Vitamin D versorgen, wenn sie denn auch in den Wintermonaten genau so stark scheinen würde und den gleichen Einfallswinkel hätte wie im Sommer. Und natürlich auch, wenn du in die Sonne gehen würdest. Aber die meisten Menschen meiden die Sonne, weshalb ja auch so viele, viele, viele Menschen an Vitamin D-Mangel leiden. Und deswegen, nimm unbedingt regelmäßig Vitamin D als Nahrungsergänzung zu dir. Und mehr zu dem Thema Vitamin D und was du zu dir nehmen sollst, wie viel und wie die Normalwerte beim Labor sein können, das findest du hier in diesem Video von mir. Ja, und wenn dir dieses Thema gefallen hat, und ich glaube, es ist ein wichtiges, weil Osteoporose, Osteoporose, 30% der Älteren haben das, dann teile dieses Video bitte. Und natürlich freue ich mich über deine Daumen, die nach oben gehen natürlich. Und vielleicht hast du auch was zu schreiben zum Thema Osteoporose, hast schon deine eigenen Erfahrungen gemacht, weißt es vielleicht von deinen Eltern oder von deinen Großeltern. Schreib das in die Kommentare. Ich stöber immer wieder gerne nach und finde dann auch mal den einen oder anderen Tipp und wir können ja voneinander absolut lernen. Und dann natürlich freue ich mich, wenn du auch meinen Kanal abonnierst und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann kannst du das hier tun. Herzlichen Dank für heute und tschüss.